Spieler versuchen zu verkaufen, also eine Spielerschmiede zu sein, wird auch nicht wirklich funktionieren. Salut miteinander! Wir befinden uns wie immer hier in unserem Brocci in Zürich an der Hardbrock von der Heisermee. Es ist immer wieder nett, dass wir hier aufnehmen können. Und das schützt auch vor dem eiskalten Winter, welcher in der Schweiz eingefahren ist. Und genauso fresh wie das Wetter momentan ist, ist auch unser Thema von heute. Und zwar hat Riot endlich bekannt gegeben, wie das jetzt mit der EU LCS wird, die jetzt neuerdings LEG heisst. Die League of Legends European Championship. Und es hat drei wichtige Punkte, die sich verändern, die einen grossen Einfluss haben. Oder beziehungsweise drei Punkte, die ich gerne ansprechen will. Das ist einerseits, dass es jetzt ein Franchise-System ist. Zweitens die finanzielle Lage, die sich für die Organisationen ändert. Und das dritte ist, wie das mit den verschiedenen Tiers in Europa jetzt aussieht. Vorne weg, eben, Franchise-System. Fertig mit der Idee, dass Europa aufgesplittet wird auf mehrere Regions und dann 24 Teams um den gleichen Slot und keine Ahnung was alles. Guck aus, was da noch mega lange darüber diskutiert worden ist. So lange darüber diskutiert worden ist, dass sogar Paris Saint-Germain gesagt hat, wir sehen keine Zukunft in Europa mit LOL und ausgestiegen sind. Jetzt haben wir es wie in Amerika. Bam, zehn Teams in der Liga fix. Man kann nicht rausfallen, ausser man verliert irgendwie in vier Jahren, etwa zweieinhalb Jahre lang, irgendwie ist man nur auf dem letzten Platz. Das heisst, Teams sind fest. Slots kosten wie immer richtig schön Kohle. Acht Millionen für die, die schon drin sind. Zehneinhalb für die, die noch rein wollen. Es gibt etwa drei neue Teams, die werden kommen. Was auch interessant ist, drei Teams sind bereits aus amerikanischen Organisationen. Misfits und Splice sind ja schon drin gewesen. Und jetzt kommt noch Rogue dazu. Also wir haben EUNA, European Championship sozusagen. Zumindest von den Organisationen her. Aber ja, Franchise-Systeme haben halt seine Vorteile für sowohl Riot. Sie haben natürlich absolute Kontrolle über das Ganze, was läuft. Aber es ist auch gut für die Organisationen. Sie haben immerhin eine Sicherheit, dass sie immer dabei sind. Sie müssen sich nicht jeden Splitt darüber Gedanken machen. Okay, immer raus, was ist los, blablabla. Arbeitssicherheit ist hier ein grosses Thema. Und das ist sicher nicht schlecht. Und das führt uns auch gerade zum Punkt Nummer zwei. Und das ist eben das Finanzielle, was da den Teams Rückhalt gibt. Weil Teams haben schon seit Jahren reklamiert. Auch die amerikanischen Teams schon. Wir haben es auch in T-Time ein paar Mal besprochen. Das Memento oder der offene Brief von TSM und H2K und Unicorns of Love. Das war über Jahre hinweg in einer Diskussion, dass es den Organisationen finanziell so schlecht geht. Was natürlich verwunderlich ist, wenn man in so einem grossen E-Sports ist, wo so viel Geld drin ist. Anyway, jetzt wird ein Drittelsystem eingeführt. Ein Drittel geht an die Spieler, ein Drittel geht an die Teams und ein Drittel geht an Riot. Und beim Drittel, bei den Teams, hat es noch ein internes System, wo ein Teil wird einfach fair aufteilt. Und ein anderer Teil wird irgendwie aufteilt anhand von wie viel Werbung und wie viel Influence man hat als Team. Also ja, da kennen wir den Schlüssel nicht, wie das aufgedröselt ist. Aber es sind auf jeden Fall dort einfach zwei Systeme. Und jetzt hoffen wir mal für die Teams, dass das ihnen hilft, das Ganze zu kompensieren. Die Spieler profitieren natürlich auch. Sie kriegen ein Drittel von diesem ganzen Revenue und ihre Fixlöhne gehen auf. Von 24'000 auf 60'000 waren die offiziellen Zahlen. Man muss sich bedenken, dass 24'000 im Jahr auch nicht so wahnsinnig viel ist. Und 60'000 jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Zumindest für unsere Schweizer Verhältnisse. Und da das die besten 50-100 Spieler sind in Europa, muss man schon sagen, also das ist jetzt noch bescheiden im Vergleich zum klassischen Sport. Aber eben die grosse Frage ist, lenkt das den Organisationen? Weil man muss ja schon sehen, was halt immer angekündigt worden ist oder gesagt worden ist von den Organisationen, ist, dass die Kosten extrem gestiegen sind. Durch das, dass die eSports so gewachsen sind, sind eben die Vorstellungen, die Lohnvorstellungen der Spieler offen. Und einfach die ganzen Kosten für das Hin- und Herfliegen und sonstige Overhead-Kosten sind massiv explodiert. Aber das Geld ist halt nie zu den Organisationen zurückgeflossen. Die mussten also nicht wirklich Sponsorships und weiss ich was machen. Aber von den tatsächlichen fixen Liegen ist scheinbar wenig Geld gekommen. NALCS und Overwatch League zeigen, dass das Franchise-System scheinbar funktioniert. Zumindest in Amerika. Aber jetzt kommen wir eben zu Europa. Und das ist Punkt Nummer 3. Wie sieht das denn aus mit den verschiedenen Tiers in Europa? Weil wir haben ja nicht nur die LCS. Es gibt ja die European Masters, die noch sind und die ganzen Premier Tourstops. Und Wright wollte ja zuerst die ganzen nationalen Ligen stärken und über das ein eigenes System aufbauen. Gerade in Europa. Sie sagen auch, Wrights sagt ja auch, Europa ist ein ganz anderes Business als N.A. Es ist nun mal eine amerikanische Firma. Das ist vielleicht für sie auch nicht ganz so vertraut wie über sie. Wir haben ganz viele Nationen mit fast genau gleich vielen Sprachen. Das ist nun mal eine komplexere Angelegenheit. Weil Spanien ist nicht gleich Kroatien, nicht gleich England. Das sind halt andere Sitten, andere Gebräuche. Und jeder hat halt so seine eigene Dynamik. Und vor allem auch die eigene Kaufkraft. Wir in der Schweiz wissen, worüber wir reden. Bei uns ist alles sehr mässig teuer, bis wir im E-Sports mithalten können, dass unsere Leute einen anständiger Raum verdienen. Wie gesagt, die 60'000 von den LCS-Spielern, das ist bei uns mit einer guten Lehre. Im Jahr macht man das im Jahr eben auch. Und wenn man für das zu der Weltspitze gehören muss, dann muss man sich halt schon fragen, ob man das wirklich wegen dem Geld machen kann? Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist halt jetzt eben das Problem. Top-Organisationen haben schon ein Problem mit dem Geld. Was machen denn die ganzen Tier 2 und unter der Organisationen? Darauf fehlt es ja noch mehr. Die ganzen Slots kaufen kann man vergessen. Acht Millionen hat niemand. Und irgendein grosser Investor investiert nicht in so ein kleines Team. Spieler versuchen zu verkaufen. Also eine Spielerschmiede sein. Wird auch nicht wirklich funktionieren. Für das müsste ich ja die Leute aufnehmen und ihnen irgendetwas bieten. Aber ich habe ja nie irgendwelche finanziellen Mittel, um etwas zu bieten. Und selbst wenn wirklich verkaufen kann ich sie nicht. Weil ich kann sie ja nicht bei mir heben. Weil ich ihnen ja nichts längerfristig anbieten kann. Weil das Einzige, das wirklich Geld verdient, ist natürlich dann die LEC. Und naja, dort kommen dann einfach Teams und kaufe die Spieler auf, sobald ihre Verträge auslaufen. Also es fehlt irgendwie in den mittleren Teams irgendwie an Möglichkeiten. Und ja, die European Masters und so sind nicht. Aber die Preisgelder und Sponsorings und etc. die dort involviert sind, reicht einfach nicht, um diesen Schritt zu machen. Um das wirklich voll, 100% professionell zu machen. Vielleicht in gewissen Ländern, die ein wenig weniger gekauft haben, wird das klappen. Aber sicher nicht in den teureren Nationen von Europa. Dort wird das einiges härter. Ja, und das ist halt jetzt eben so ein Problem, oder? Was bedeutet das für den E-Sport? Ich finde es immer schade, oder ich finde das Franchise-System schade in Europa, weil für mich ist E-Sport immer etwas gewesen, wie ein kleines Team, das sich durchbisst, eine kleine Organisation, auch noch etwas erreichen kann. Wo es die Sommermärchen gibt, wo irgendeine Organisation von hinten links spielen seit Jahren. Habe ich jetzt ein Team zusammen? Habe ich einen guten Coach oder so gefunden? Irgendwie. Die Stars alignen und bam, jetzt sind sie in der obersten Liga. Oder bam, jetzt gewinnen sie irgendein grosses Turnier. Das macht Freude. Das ist etwas, worin ich interessant finde. Die Dynamik, und die ist halt jetzt weg. Es werden immer die ewiges gleichen 10 Teams oben sein. Noch schlimmer, Riot möchte, dass die 10 Teams dann auch in Tier 2 Turnieren, also in European Masters Premier Tourstops, ich kenne, dass die dort auch noch ein Academy Team haben. Das heisst, dass selbst dort die gleichen Teams werden dominieren. Weil wenn du natürlich die Köhle von oben runter einfach noch in dieses Academy Team steckst, wir wollen dann die anderen Second Class Teams irgendwie mit dem mithalten. Das ist natürlich, ja, man könnte sagen Wettbewerbsverzerrung. Aber das ist vielleicht schon etwas übertrieben. Aber es ist halt einfach, ja, man hat nicht den gleichen Ausgangspunkt auf jeden Fall. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich finde da gut etwas verloren. Ich finde da gut auch, je nachdem gehen Traditionsvereine, die sich mit Sportvereinen und anderen Sachen verbinden, gehen auch die Namen mal verloren. Und das ist halt, wenn Organisationen, die es 20 Jahre, die es 20 Jahre gegeben hat, vielleicht nicht mehr da sind, dann, ja klar, jüngere Spieler, sagt das vielleicht nicht so viel, aber jemand mit mir, der die ganze Entwicklung mitgemacht hat, da kann man dann schon ein Tränchen oder so verdrücken. Positiv für die EU, jetzt nur LOS-spezifisch, ist ganz klar, wenigstens hat Riot jetzt einmal den Fokus tatsächlich drauf gesetzt, nimmt einmal Zeit und Geld in die Hand, um das Ganze umzubauen und schaut jetzt einmal tatsächlich, was man machen kann. Und dann ist man vielleicht auch nicht mehr NALCS 2.0, sondern tatsächlich ein eigenständiges System. Und ich meine, jetzt haben wir eine sehr gute Worlds gehabt, vielleicht hilft uns das ja dann auch für 2019 und dann reicht es vielleicht auch für den Sieg. Ähm, ja, ich würde jetzt auch noch gerne von euch wissen, wie ist denn das für euch, wie seht ihr das, die Entwicklung mit der Franchise, ist das etwas, wo ihr denkt, das hilft dem eSports oder eben, das ist schade, weil da auch gewisse Sachen verloren gehen. Schreibt es mir in die Comments, ich lese die immer gerne und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Powered by UPC